Finken, Geld, Trunken, Nutten und meine fetten Stahls, Alter! Lied maritime y Это! Finken, Geld, Trunken, Nutten Finken, Geld, Trunken Nutten Finken, Geld, Trunken, Nutten dann nehme ich jetzt wieder auf ich bin nämlich im heistraum und dann machen wir jetzt den gefängnisbus der benson ist immer noch bei mir draußen hört es schon scheppern da geht es nämlich gerade ein bisschen hart zur sache wir marschieren gerade in die ukraine schlechtes thema alle vom letzten raubüberfall einladen Alex wenn der da hat dich eingeladen kannst schnell da flüchten was ist das denn für ein Pfosten keine ahnung wenn die anderen nicht kommen wollen dann drücke ich einfach schnell starten die musste zuviert spielen ja nein aber wenn die anderen nicht beitreten wollen ich drücke einfach schnell start hat halt ein bisschen gedauert bis ich meine partner kam gesichtskontrolle wieder durchgefallen ja nein das waren die blöden das waren die blöden panzer die draußen unterwegs waren die die haben uns genau panzer ja aber dass da auch vier leute mit dem panzer rumfahren was stimmt denn mit dem nicht wenn ich könnte würde ich auch aber eigentlich so lange kann panzer gar nicht halten habe ich irgendwie gehört ich kann man relativ schnell ausschalten ist egal panzer ist ein panzer und wenn eine versicherung hast für den panzer ist egal eben boah hatte ich das erzählt dass ich auf dem rückweg von der stau hatte nee das hast du nicht erzählt schwerlasttransport fahrt fack das heißt du konntest also auch wirklich nur so 30 fahren oder 50 sind wir gefahren über 20 kilometer ich habe gedacht das hört gar nicht mehr auf aber das ist ätzend ne wenn man so was im vorfeld immer nicht weiß da lobe ich mir wirklich die die google maps navigation ich benutze die bei längeren touren halt auch wenn ich die strecke weiß wie jetzt nach hause kommen benutze ich die trotzdem für so stau infos oder für ja weiß ich nicht dann sagt er ja auf ihrer route ist ein schwerlasttransporter bitte umfahren sie ihn da und da ja eigentlich kriegt das mein navi auch immer hin bloß du musst vorher auswählen du kannst schnelle du kannst dynamische route genau da ist das mit drin bei dynamischer genau du kannst schnelle rote kurze rote dynamische rote und ich habe einfach auch schnelle rote weil ich gedacht habe ach sowieso mitten in der nacht wird nicht sein mitten in der nacht will doch keiner eine jacht transportieren das war die roter blätter vom windkraftwerk auch immer einer grund saftladen mann 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 warum kommt denn hier keiner die lesen deinen namen will denn keiner eine heiß mission machen was stimmt denn nicht mit dem hast du eigentlich schon mal breaking point gespielt das ist warte sag's nicht das ist doch dieses im dschungel da wo diese ganzen im d nein noch ein versuch bretten es ist die idee sie noch für aber drei ach so ja aber es gibt auch das spiel breaking point aber ja was du meinst ist da wo auch hunger games und so ein scheiß und was ist breaking point da ist es quasi die sie für auf der armer drei mod nicht so wie die stand alone nicht so ja aber das heißt breaking point das wusste ich nicht aber ich habe irgendwas armer drei mäßiges gespielt was war denn das altes live habe ich auf jeden fall gespielt das war auch ganz witzig für ein paar stunden also ich kann das nicht ewig spielen ne das haben wir ne altes live haben wir gar nicht ich habe mit ponder glaube ich armer drei normal gespielt ja und mit ponder habe ich auch dieses hunger games spiel gemacht weißt du wo du mit dem flugzeug abgeschmissen wirst und dann das war witzig ja was viel interessanter ist für die zuschauer vielleicht du hast ja den minecraft server wieder am start ja aber die plugins laufen ja noch nicht macht es Sinn das auf der version 1.7.2 laufen zu lassen weil ich habe das gesehen dass du das gemacht hast oh ja denke schon weil es dafür die meisten plugins gibt die wir damals benutzt haben sonst müssen wir wirklich wieder alles umradieren aber wäre es nicht vielleicht sinnvoller den komplett neu aufzusetzen mit der 1.8er version oder so dafür gibt es ja also es ist ja jetzt so es gibt glaube ich die 1.8.6 oder 1.8.3 ich weiß nicht genau was die neueste ist und die ist kompatibel mit allen 1.8er versionen das heißt also dass man dafür müsste es doch möglicherweise die meisten plugins geben können wir auch machen aber müssten wir dann die ganzen Schilder neu schreiben ja ah das ist natürlich ätzend sei es Shop, sei es Bahn, sei es irgendwas das ist natürlich echt ätzend alter was ist denn hier jetzt los die haben keinen Bock mehr schnell start abbrechen schnell start ich habe nur jetzt mein Türschloss geknappt privat zu Hause oder hier im Spiel ja ich habe meinen Schlüssel zu Hause vergessen ja ich kann jedem nur empfehlen sich in den nächsten Baumarkt zu begeben und ein Dietrich zu kaufen nein weil ich habe meinen Schlüssel ja am Schloss abgebrochen oh fuck also worst case ever ja was hast du dann gemacht äh du gehst in den Baumarkt und äh besorgst dir Laubsägeblätter in zwei Stärken einmal in Stärke 5 und einmal in Stärke 6 und dann kann man das wenn man das eine Ende abbricht weil die haben die fangen erst in der Mitte an mit diesen Zacken mhm wenn das dann abbricht dann kann man in Stärke 5 oder Stärke 6 direkt neben den Schlüssel schieben und dann dreht man den um 90 Grad sodass die Zacken auf den Schlüssel zeigen und dann ziehst du ihn raus ach ja ich Fuchs YouTube oder eigener Fuchs YouTube ich saß ja vor der Wohnung ich hatte ja WLAN aber das ist wirklich fuchsig ja wie und dann haust du die Zacken in den Schlüssel der drinnen hängt und dann ziehst du ihn einfach raus ja du schiebst das Blatt quasi erst mit der glatten Seite äh neben den Schlüssel und dann knickst du das am Ende so ein bisschen dass du so einen 90 Grad Bogen drin hast und dann hebelst du das quasi mit den Zacken an den Schlüssel und dann kannst du durch die Zacken die sich an dem Schlüssel festhalten den abgebrochenen Schlüssel rausziehen das ist ja der Wahnsinn ja ey jetzt ehrlich mal da fühlt man sich doch total MacGyver ja ich kam mir auch so ein bisschen ein bisschen vor wie MacGyver aber du hast noch einen Ersatzschlüssel das war jetzt also nicht so das Schlimmste oder äh nee der bei mir vor der Wohnung hier oben liegt auf dem ganzen Teppich so ein rotziger äh auf dem ganzen Flur liegt so ein rotziger Teppich ja und darunter habe ich einen Ersatzschlüssel liegen das äh wissen jetzt alle das ist nicht so schlimm die kennen meine Adresse nicht nein niemand weiß das ey aber es kann doch nicht sein wir warten jetzt schon seit sieben Minuten auf neue Leute ja das ist normal ich kenne das so nicht tja ich sag's ja Golfspiel wir spielen Golf boah top ich steh da voll drauf ach so jetzt gehst du raus ja dann spielen wir spielen wir Golf komm ähm aber ich kann den danach immer noch machen ne ja klar du kannst den immer wieder machen dann fahr ich eben zu dem Golfdingen und lade dich dann ein kann man nicht einfach über online und dann äh Jobs ne nicht Jobs irgendwie geht das ne dann muss man hin hast du recht bist du mit meinem Auto nach Hause gefahren? nein weil das steht bei dir vor dem Dings ja das das hast du doch dann automatisch da das ist zerstört damit habe ich nichts zu tun ja ja so wer als erstes am Golfplatz ist ich muss den erstmal finden erstmal bin ich jetzt tot aber ich muss ihn auch grad finden warte mal da ist Tennis okay 800 Meter hab ich du willst wollen ja wenn du da bist lad mich ein dann ist das die Frage ob ich das an dem bei meinem Uploadplan wenn wir jetzt Golf spielen ob ich das bei meinem Uploadplan äh dann uploade wenn äh GTA 5 dran ist oder wenn Panya dran ist bei Panya lade ich ja auch ab kennst du nicht Panya? nein Panya Golf Simulation der Oberhammer so wird heruntergeladen ich kann nicht einladen mein Freund ja das wäre super ich werde hier die ganze Zeit erschossen machen wir Bukake spielen wir 18 Löcher oder was? ja okay äh letztes Loch äh es gibt nur 9 ne? ja es gibt nur 9 Einstellung bestätigen äh meine Freunde Freunde die GTA 5 spielen so bist du eingeladen Alex Vendetta hat dich zum Golf eingeladen was sagst du ja aber ist doch der Wahnsinn weißt du du machst einen auf dicke Hose und sagst so ey los komm lass mal Golf spielen ich lade dich ein wenn ich da bin ja knick knack ja kannst du das Spiel starten ja das kannst du auch zu zweit spielen ist das auch so mit Geld setzen oder was? ne leider nicht also also einfach nur Spaß bock trotzdem ich fand's geil also neun Löcher das ist ja nicht so viel da kriege ich alle gestoppt dann hat ich in der Grundschule mehr Spaß okay geht los geht los geht los ist schon der weiteste Schein so okay ja ist denn so einfach ich weiß gar nicht mehr wie das geht oh das ruckelt aber das ruckelt aber mir ruckelt das nicht ja bei mir ruckelt es weil weil ich das wahrscheinlich direkt von dir dann runterlade so wie du äh das kann doch natürlich sein so jetzt muss ich erstmal gucken also okay so geht das so geht das wo kann ich auf die Karte links unter ach ja 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 ich seh's ich seh's ich seh's der Wind ist da du kannst du kannst den Flugball auch noch im Flug äh nein ich muss oh Gott ist gar nicht mit klicken ne jetzt hat er es du kannst die Flugbahn des Balles auch noch kontrollieren während du wenn du ich glaube linke Maustaste und WASD oder so okay ja ich mach ja mit mit Gamepad ja dann weiß ich's nicht oh oh da bin ich verrutscht oh also das erste Loch geht an dich das war richtig schön bekackt ja 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 mhm 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 es gibt nichts schlimmeres als ein mega geilen Multiplayer äh zu spielen bei dem man wirklich alles kann aber dann bei Golf verharren bleibt ja das ist eigentlich assi aber ich find das total geil ja danach geben wir noch eine Runde Daten war ich auch schon ist ziemlich lustig gibt's auch noch Bowling hier oder gab's das nur bei 4 ich glaube es gab's nur bei 4 ich kann nicht einen Schläger wechseln zielen wir enden einen Schläger da so wobei ich muss ja sagen ich hab GTA 4 ausgelassen ne hast du ja oh oh mhm GTA 4 hab ich gespielt ich hab eigentlich jedes GTA gespielt außer das London das London hab ich nie gespielt dann Andreas war doch der dritte Teil ne ja nein äh der dritte von den Dreierteilen ja es gab ja das normale GTA das war ja oben aus der Topdown Sicht dann kam dazu noch GTA London das einzige Spiel was nicht in Amerika spielt und dann kam GTA 2 oh ich glaub der geht zu weit dann kam GTA 3 was ja in äh wie heißt es in Liberty City spielt dann kam Vice City und dann kam San Andreas hast du den Schlag wiederholt oder was ja der ging ins Aus wie es gibt hier ein Aus ja wenn du über den Zaun schlägst aber du warst doch nicht über den Zaun der ist doch dagegen getatscht ja der ist schön ach der du meinst der war auf dem Weg oder was ja dahinter sogar noch okay so jetzt wollen wir nochmal gucken wie ist der Wind der Wind ist da plus vier du musst den Boden auch mit einbeziehen ja ja äh kann ich hier noch irgendwas anderes machen oder was kannst du noch an der Klötze spielen das will auch keiner sehen oh okay okay ich muss erstmal ich muss erstmal auf diese Schlag Schlag äh äh Schlagmechanik klarkommen die ist echt komisch weil das ist der Unterschied wenn du eine WASD hast dann ne hast du ja W und du hast S das ist auch ärgerlich ne da kackt man schon mal im Grün ähm bei mir ist es so ich muss ja den Stick runter und dann hoch machen wenn ich wenn ich nicht mehr nicht mehr schlagen will oder muss ich einfach nur loslassen das werde ich gleich sehen ich muss das testen okay komm okay da sehe ich den Boden eigentlich eigentlich ein gerades Ding mhm warte ab du brauchst noch zwei Schläge niemals bam bitch ist nicht wahr bam bitch okay ich bin sogar ein besser als du booyaka booyaka ach so fortfahren Entschuldigung press ready das ist mein erstes Mal bitte sei zärtlich nächster trocken und mit Anlauf so perfekter Schlag so Bäume musst du auch beachten hab ich na das ist ja gut hast du doch gesehen ey um jeden Ast herum dein weitester Abschlag bitch meiner war 251 Meter oder so was wir dann auch machen müssen ist kennst du hier dieses Rennen auf dem Golfplatz es gibt so ein Rennen auf dem Golfplatz mit Golfcaddies und Raketen das ist voll gut so Mario Kart auf dem Golfplatz ich glaub das hätte was nicht da rein eieieieieiei der wendet oh hier guck mal du hast dir in die Hose gekackt jetzt ist es eine Baggy der Stift guckt schon warum hältst du den vorne und spielst damit oh Gott wie behindert ich doch bitte bin wie viele Stunden hast du das gespielt einmal ja aber wie viele Stunden du hast vorhin eine Zahl gesagt vier also in etwa ja jetzt weiß ich auch warum das so lange gedauert hat oh man ich weiß wo dein Haus steht ist mir egal ist mir egal egal Bäume der perfekter Schlag da komm ich rüber ah fuck ja du hast hier deinen Tiger Woods gefunden mein Freund ich bin Tiger Schniedelwurz darauf erstmal ein Schokoriegel ich nehm auch einen ja ich lutsch für dich mit danke was ich total liebe wenn Schokoriegel so langsam knapp werden und man nicht viele hat dann beiß ich immer einen ab und lutsch den bis zum geht nicht mehr Prozent der jahre vorerst hat man sich die überreicht die die jetzt ist hier die volle Strikette rein ne so ein jamm 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 oh scheiße packung hat ein Ende so ja King of Queens mäßig so ich bin schon wieder traurig Carrie also wo er wo kennst du das King of Queens mit dem mit den Joghurts ja ich bin immer so traurig wenn ich den Boden sehe ja du kannst mein Essen ist also zweimal ich bin schon wieder traurig mal gut so jetzt bist du dran Pfff 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 Mh mach mal so Nn Na komm Perfekt Ist mach mir das mal nach ich seh nix die Kamera von dem Ball Bäm das wird wieder nix oh Gottseide aber der hat gelegt der Ball hat gelegt das passiert öfters er ist ready ja entschuldige ich hab grad darauf gewartet dass es weiter geht also ich hab Kamera mitlaufen die sehen das ich verarsch dich nicht ja ja achso du äh äh Facecam Facecam Facepile so so machen wir das das dürfte ich nicht machen ich bin die ganze Zeit immer nackt ja ich ja auch was denkst du denn woher die Klicks kommen tja nicht davon ein bisschen zu weit aber seit meinem Umzug ist meine gute Webcam weg sag Ponne mal ja ha 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 wenn dann kann es nur Ponne sein ach ja Melli wir müssen unbedingt mal wieder golfen läuft bei mir nimm Ponne mit dann klau ihm seine Kamera ich war mit Ponne mal crossgolfen bei uns im Park das war richtig witzig Ponne nimmt auch keine Rücksicht auf irgendwelche Omas oder so Ponne nimmt auf niemanden Rücksicht ich möchte an dieser Stelle nochmal bemerken dass er ein ziemliches Arsch ist und mich einfach sitzen lassen hat ohne Scheiß ne ja das kannst du ruhig mal erwähnen das hab ich ihm gesagt er hat gesagt beim nächsten Mal bläst er dir dafür ein doch bitte nicht ey ich hab das wirklich klar gemacht was bist du denn für ein behindertes Stück schade dass der nicht reingegangen ist Boogie das wird schon wieder nix du bist ein Schlag besser äh fünf Schläge besser als ich zu viel Kraft läuft bei dir bist fett geworden ich weiß nicht woher ich den Spruch habe aber das nervt total das ist total gut ähm wir waren ja auf dem 30. Geburtstag vom Pseudo und äh da waren sehr sehr junge Menschen sehr junge Menschen und ähm äh Frauen wie männliche und äh die haben jetzt so als neuesten als neuesten Trend ähm äh zeig dich mal zeig mal wer du bist aha ja das finde ich läuft bei dir besser na krieg ich noch einen Schlag weiter jawohl so bleib liegen bleib liegen okay hier war es gerade mit der Schlägerauswahl nicht so gut aber weißt du das ist halt diese Jugendsprache es war auch mal so so hey zeig dich mal zeig mal wer du bist ey läuft bei dir total YOLO was machst du denn da ein Tanz na ich plane herzlich willkommen meine Damen und Herren beim Planning Simulator Golf Edition GTA White City ne was ist das äh Los Santos Los Santos Los Santos da stopp den Ball da ist Wasser oh Gott sei der deine Planung war eine richtige Planierung warum ist doch alles top gelaufen mega wie ist der Wind der Wind kommt von da das heißt dann hauen wir den da hin von rechts ja so oh oh alter guter Junge gut gemacht haben kleinen Tiger Woods in der Hose oder wo meiner ist dafür meiner ist nicht lang dafür aber dünn verdammt dünn ich kann ja jetzt ja nee doch nicht nein bitte meine Zuschauer seien sie jetzt ruhig und gespannt Herr Benson muss sich konzentrieren Sie sehen das das ist makellos makellos und auch Ahrger erger liebt dafür bin ich jetzt noch mal bedeutet ja ich bin näher dran guck mal dahin stehe ich Rudolf in der Kerbe was ist das Ahr Peter hat deine Mama auch gesagt ja 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 sorry nö da war ging klar so zu doll zu doll oh oh Birdy bereit was ready ja ich hab's schon gemacht oh Gewitter wo war das Gewitter Dorum so oh oh das war zu früh das war zu früh das war zu früh Alter und jetzt macht's gleich Mist ey na komm hat ja den Baum geküsst der weiteste Abschlag an diesem Loch so das werde ich wohl bei jedem ach man hat immer eine Minute zum schlagen das ist ja grausam wenn du da mit irgendwelchen Online Spasti spielst die dir nebenbei nicht beleidigen kannst oh 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 sauber drüber war gewollt war gewollt anders als deine Geburt aber egal der war nicht schlecht so jetzt gucken wir doch mal ja doch in der Hose findest du sowieso nix nee ich muss gucken wo der wo der Ball hinkommt da wie macht das deine Frau eigentlich ist die glücklich ja Melly bist du glücklich Melly Melly sie sagt nichts wenn du Hilfe brauchst sagst Bescheid Melly sag mal das war zu doll Melly sie antwortet nicht Benson ich glaub du musst sie mal wieder anschreiben siehste hast du Steam Overlay bei GTA drinnen nee ah ok ich hab dummerweise jetzt nicht über Steam gestartet deswegen kann ich sie jetzt auch nicht anschreiben ah was ist das denn also es geht hier bergab du solltest auf jeden Fall weniger annehmen das ist viel weniger viel weniger ja man sieht ihn zwar nicht gut von hier oben aber doch da ist er achso Melly schreibt gerade du sollst nicht nerven Melly warum sagst du sowas warum sagst du sowas nicht mir ich sehe es aber auch nur weil ich den Steam Shed von ihr noch um dem rechten Fenster habe oh gut ja das muss jetzt halt aus der Distanz muss was eingeloggt im Pult du bist weiter weg als ich das wird nichts der Ball verarscht dich voll ey pow ok ok rechts geht's runter dann machen wir nochmal so bam bitch Alter hab ich's drauf oder hab ich's hab ich's drauf läuft so äh was soll das warum kann man hier nicht ach das war schon der weiteste äh ja dann komm schon oh sechser gegenwind von vorne das seh ich das seh ich das seh ich so mh 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 wir wollen einfach nur nicht das Dings treffen nur nicht den Sand ha oh oh nicht schlecht ja danke der rappt ja nicht schlecht oh der war nicht weit genug oh der war genau weit genug alter kom das läuft so ja alles gerade da kann eigentlich nicht viel schief gehen das ist wie mit ähm pss ähm ja damals auf der Jedi Akademie wo ich dir gesagt habe wie du dein Schwert schwingen sollst aber du hast nicht auf mich gehört ja nee wie bei Billiard irgendwann ist die Konzentration weg was war das ich glaube da kam gerade irgendein Maulwurf hoch du hast doch das Loch heimlich zu getorniert das war der Maulwurf Türsteher der sagt ne so nicht kommst du denn nicht rein das war nee das tut mir echt leid für dich wirklich das war mies das ist bei Billiard Spielen nicht gesagt das war mies ja laut laut Punkten bin ich vorne ne sechs Punkte bist du vorne nee beim Billiard so ja das zählt nicht oh zählt das noch na klar hab nicht den Zaun berührt bin von vorne mhm 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 also du musst auf jeden Fall ein bisschen weiter nach rechts das habe ich gerade gemerkt der der Hang ist sehr links abschüssig ja das ist gut netter Schlag so du musst gleich äh die Damen aus der Diskothek abholen wow ne ich spiel glaube ich nur noch hier vorne lass mal so wie bitte ne ich rede mir selber ich finde mich selber so cool ich hab gesagt ich spiel nur noch hier vorne nicht zum Bastard aus der Diskothek wann holst du denn die Damen aus der Diskothek sobald äh mein Mobiltelefon äh ach äh weiberne und dann musst du noch also während wir noch spielen musst du dann sagen ach ich entschuldigung ich bin eingeschlagen ich brauche noch einen kleinen Moment ich komme sofort das ist ganz wichtig alter der war knapp der war wirklich knapp ok rein in den Sand ach komm ach komm Junge das ist das crying at der diskothek es is in extremism point of the fall up please okay Äh, ihre Hose rutscht Der Wind kommt von da Alex, dein Kind ruft Nee, das ist meine Frau Nee, die schreibt mir sonst Oh Ach, fuck Das ist echt hier Not gegen Elend gerade Ich höre sie sabbeln Jaja Die sagt irgendwas von Weiß ich auch nicht Alter Benson Junge Machst du das mit Absicht, willst du mich gewinnen lassen Damit ich dir mein Gesicht wahre Ich dachte gerade, auch wenn es vom Computer gerade Selbstgesteuert war, der verkackt's Das wäre Ziemlich wies gewesen Aber die hätten hier echt ein 18er Loch aufbauen können Was soll denn das, Los Santos ist doch groß genug Soll es noch so einen zweiten Golfplatz in der Wüste geben Das wäre cool Das stimmt allerdings Hast du noch nie auf Breit gedrückt? Press ready Das hat mal irgend so ein Russe die ganze Zeit bei uns gesagt, als ich mit Martin the Fly gespielt habe Jedes Mal Press ready Voll der Psycho Seitdem machen wir es jetzt auch immer Oh yeah Gibt's ja eigentlich auch Krokodile in den Flüge sehen Leider nein Obwohl Leider nein, leider gar nicht Nee Aber das wäre doch eine geile Möglichkeit für ein Add-on Krokodile Hunter Action Pack Soll ja auch noch eine DayZ-Mod für GTA geben Was? Ja Dann gegen Zombies? Also wahrscheinlich dann hier so Real-Life-Server wieder Ja Ja, wenn die kommen, das wäre cool Zurzeit läuft ja alles nur über die offiziellen Server Da gibt's ja keine eigenen Server Aber wenn, sobald es Dedicated-Server gibt Äh, glaube ich, wird GTA ein richtig geiles Ding Nur dann, äh, verdienen die kein Geld mehr, verstehst du? Ja Nicht da rein Die verdienen ja ordentlich Cash durch diese ganzen, ähm, In-Game-Käufe Es gibt ja echt so viele Leute, die diese Kreditkarten kaufen Das hätte ich nie gedacht Das stimmt wohl Kannst du bei Ebay auch billig kaufen Ja? Ja Was kosten sie da? Ja, wenn du die offiziell nimmst, dann bezahlst du für 1,5 Millionen Stunden 30 Euro Es gibt aber auch welche, die, ähm, machen das anders Ne, 1,5 Millionen kosten, äh, 15 Euro Ja, oder so Weil, das weiß ich, weil, ähm Ja Ne, ich hab doch dieses Ziel-Kind, das kennst du doch Ja Und der spielt GTA 5 Und der fährt voll auf GTA 5 ab Und, äh, für den hab ich schon 3-4 Mal Paypal springen lassen müssen Weil der keinen Paypal-Account hat Und, äh, hab da Sachen geholt Also für ihn Nicht für mich Stopp Oh Ich glaube, der hat echt schon 3 Mal hat der da 1,5 Millionen geholt Der ist aber auch schon Level 300 im, im Online-Modus Okay Und das, äh, ja Fällt krass Oh, das war nicht weit genug Ne, da darfst du nochmal, glaub ich Glaub ich, nochmal Zeit für ein Schlückchen Das tut weh Das tut weh Dacht deine Mama auch immer Ja, wenn du sie besuchst Hm Also eigentlich ist das doch hier, wenn ich das angucke, alles total glatt Vielleicht ein Stück nach links So Habe ich auch gedacht Nein Hätte ich einfach so spielen können Verdammt Oh Ich hab ne Nachricht Oh oh Wir haben aber noch ein Loch Ja Wenn du davon aus der Dissert abholst, hast du auch ein Loch zu Hause Eins Drei Dann ist du nimm sechs Oh yeah Ich hab so viel Löcher, wie ich gar nicht ficken kann Was ready? Ja, ich hab, ist alles gut Oh, das war nicht weit Aber du musst auch Einmal S drücken, dass es losgeht Und dann, äh, W zum nach vorne schlagen Was? Oder wie machst du das? Ich brauch nur ne Maus Achso, klickst du zweimal? Ja Einmal dann, wenn es losgehen soll Und einmal, wenn er dann Achso, ne Ich muss einmal runterdrücken, dass es losgeht Und einmal hoch, dass er abschlägt So Mit dem guten Xbox One Gamepad Ich glaub, mit dem PS3 Controller geht das auch Ja, geht Aber der liegt drüben Da haust du dir einen Bluetooth Adapter einfach dran Und dann, äh, lupt das Ja, liegt drüben im Schlafzimmer Vorm Fernseher am Laptop Weil ich da immer Grid spiele Jawoll Über den Laptop Ja, der Laptop ist halt am Fernseher angeschlossen Ja, ne, aber dann ist der Laptop ja ganz schön, äh, gut ausgestattet Wenn der Grid, äh, ja doch, Grid braucht schon ein bisschen was Ja, also ist jetzt nicht der Schlechteste Ne, ich hab mir, ich weiß gar nicht, wann ich mir einen Laptop gekauft hab, das ist schon ein bisschen her Ähm, aber der ist gar nicht so potent Oh, doch, der ist schon ziemlich potent Ja, die gleiche Grafikkarte drinne wie ich, bloß halt als mobile Version Das war zu schwach, das war zu schwach Ne, äh, doch, war zu schwach Okay Ja, dann, dann ist cool Also mit meinem Laptop, der ist wirklich nur zum Arbeiten E-Mail schreiben, surfen Melly schreibt Ja, ich hör's aus, es klackert Melly schreibt, sagte Benson Melly schreibt Ja, Melly, wir wissen das Oh, sag ihm mal gerne Melly, gerne Was ist das? Äh, der steht in der Luft Der steht auf der Lochkante Äh, der, der, ne, der ist in der Luft Hast du dir gesagt, dass ich gerne, äh, Ja, ja, ich hab gerne einfach gesagt, ja, gerne Und ist okay Melly ist okay Versteh ich Aber war das jetzt schon deine, deine Nachricht, dass du los musst? Ja Okay Oh, wir sind aber auch fertig Ich bin sowieso fettig Fertig Aber jetzt hab ich nichts gewonnen dabei, ne? Oh, mein Rang wurde erhöht Ja Ich glaube, die Geste hat jeder, oder? Ne, ich hab zwei Mittelfinger Ach, zwei Mittelfinger Ja Ja Ich hasse euch halt alle So, meine lieben Freunde Das war der Golf Simulator, äh, 2015 mit Benson Ich hoffe, ihr habt Spaß Haut rein und bis denne Ciao, ciao Tschüss Hallo Ja Tschüss Nein Vielen Dank.